Schönen guten Morgen, schön, dass jeder und jede von euch gekommen ist. Wir gedenken heute den wahren Helden, wir gedenken den Opfern des Faschismus und wir gedenken den Widerstandskämpfer, den man interessiert. Und das machen wir schon seit Jahrzehnten beim KZ-Verband, so auch heuer wieder. Und zwar gemeinsam der KZ-Verband Niederösterreich und der KZ-Verband Wien. Und jetzt übergebe ich das Wort an unsere Vorsitzende der Spitze. Vielen Dank, die Vorsitzende Niederösterreich übergibt mir das Wort an die Vorsitzende Wien. Danke, Birgit. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Wir stehen hier am Denkmal der Opfer der NS-Militärjustiz, am Denkmal derer, die fast am längsten an die Rehabilitierung gewartet haben, am Denkmal derer, die ein typisches Beispiel für die Nicht-Aufarbeitung der faschistischen Verbrechen in der Zweiten Republik sind. Wir gedenken derer, die sich dazu entschlossen haben, nicht für das Naziregime die Waffe in die Hand zu nehmen und zu kämpfen und die damit bewusst ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben und ihr Leben verloren haben. Im Anschluss laden wir herzlich ein, gemeinsam mit nach Kagran an die Schießstätte zu fahren, an dem Ort, wo viele von ihnen standrechtlich ohne Verfahren erschossen worden sind. Und genau dieses nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, ist in Zeiten wie diesen aktueller denn je. Die Waffenlobby macht Milliardenumsätze. Wir wundern uns, dass Menschen vor Krieg, Vernichtung, vor Bomben fliehen. Und genau darum ist es nicht nur ein Gedenken, sondern es ist auch ein Mahnen. Es ist ein Mahnen davor, dass wir sowas nie wieder zulassen sollten und dass die Zeiten immer prekärer werden und wir uns immer mehr dafür einsetzen müssen. Für Geflüchtete, für Menschen, die an den Außengrenzen der EU gerade in Kälte, Dreck, mit Hunger, mit Krankheiten dahinvegetieren. Und es sind nicht nur die jungen Männer, wie so gerne kolportiert wird. Weil die angeblich geschlossene Balkanroute sieht man in die Lager, in die illegalen Lager, sind es Frauen, Kinder, sind es Familien, aktuell gerade wieder an der Grenze zu Belarus, die vor genau diesem Krieg fliehen. Und darum gilt es, diese Losen genau heute hochzuhalten und klarzumachen, die Waffen nieder. Vielen Dank. Ich darf den Rudi Fuhrer bitten. Ich nehme Aufstellung. Danke. Ich werde etwas rezitieren. General, dein Tank ist ein starker Wagen. Er reißt einen Wald nieder und zermalmt 100 Menschen. Aber er hat einen Fehler. Er braucht einen Fahrer. General, dein Bombenflugzeug ist stark. Es fliegt schneller als ein Sturm. Aber es hat einen Fehler. Aber es hat einen Fehler. Es braucht einen Monteur. General, der Mensch ist sehr brauchbar. Er kann töten. Aber er hat einen Fehler. Er kann es denken. Er hat einen Hund. Er prägt. Er kann es nicht. Gibt es nicht zu? Kommt es dazu! Kommt es. Kommt es. Kommt es dazu. Er kriegt man den Wald. Vielen Dank.